MyDataPlant unterstützt Sie praktisch dabei, Felder auf Basis von Satellitendaten bedarfsgerecht und nachhaltig zu bewirtschaften. Über www.mydataplant.com können Sie sich registrieren, Ihre zu bewirtschaftenden Felder einzeichnen oder hochladen und mit wenigen Klicks individuelle Biomasse, Aussaat- und Düngeapplikationskarten sowie Pflanzenschutzkarten erstellen. Bei der Erstellung der Karten ist Ihr Wissen über die eigenen Flächen unverzichtbar. Das Tool unterstützt Sie bei der Arbeit auf dem Feld und sorgt für eine präzise Bewirtschaftung, um Kosten zu reduzieren und Erträge zu optimieren. Die erstellten Applikationskarten können ganz einfach per USB-Stick oder über den DKE-Agrirouter auf ein Terminal übertragen werden. Nun können die Bestände bedarfsgerecht und variabel gesät und gedüngt werden. Mit den alle fünf Tage zur Verfügung stehenden Biomassekarten überwachen Sie zusätzlich die Bestände. Und das ganz einfach, von zu Hause aus. Bei MyDataPlant sind uns drei Punkte besonders wichtig. Die Karten von MyDataPlant können ganz egal mit welchem Terminal praktisch auf jedem Betrieb umgesetzt werden. MyDataPlant ist eine unabhängige Lösung der Clefman Group. Die Unabhängigkeit und die Einhaltung des Datenschutzes ist unser wichtigstes Anliegen. Unser Kundenservice besteht aus Agrarwissenschaftlern und sorgt telefonisch oder persönlich vor Ort dafür, dass die Applikationskarten zu 100 Prozent auf Ihrem Betrieb funktionieren. MyDataPlant unterstützt Sie das ganze Jahr über, ganz egal welche Betriebsgröße Sie haben. Beim Aussaatmanagement mit den Saatkarten, beim Düngemanagement mit den Düngekarten, beim Pflanzenschutzmanagement, bereits vor der Ernte bei der Ernte- und Risikoschätzung, sowie von der Aussaat bis zur Ernte mit den Biomassekarten. Registrieren Sie sich jetzt auf www.mydataplant.com.